Wenn wir uns das Wort Gate anschauen, dann liefert es uns schon die erste Erklärung dafür, was ein Gate ist, nämlich ein Tor. Etwas, das aufgeht und wieder zugeht. Da wir auf diesem kompletten Kanal ja über Sound sprechen und über Tontechnik, ist es also ein tontechnisches Gerät, das in der Lage ist, auf- und zuzugehen, um Sound durchzulassen oder auch nicht. Jetzt fragst du dich vielleicht, wozu in aller Welt brauche ich sowas? Ganz einfach. Es gibt ja immer wieder Nebengeräusche oder Störsignale oder was, was ich auf meinem Mikrofon oder auf meinem Signal drauf habe. Und genau das Gate ist in der Lage, diese Störsignale abzudämpfen oder gar komplett rauszufiltern, wenn ich es richtig einstelle. Beispiel konkret ist, ich habe zum Beispiel eine Tom. Die Tom wird aber nur ein paar Mal im Song gespielt. Und ansonsten hören die Mikrofone, die für die Tom da sind, alle anderen Instrumente. Die Kick, die Snare, die Hi-Hat, alles andere, was so weiter dabei ist. Jetzt möchte ich aber gerne, dass die Toms separiert nur die Toms sind und nicht alles Mögliche. Dann kann ich das Gate benutzen, um automatisch diesen Kanal quasi stumm zu schalten und immer nur dann aufgehen zu lassen, wenn die Tom tatsächlich gespielt wird. Ein anderes Beispiel ist ein Gitarren-Amp. Ein E-Gitarrist zum Beispiel hat den Gitarren-Amp ziemlich weit aufgerissen. Dadurch haben wir Störgeräusche, Brummen, Surren, Summen. Und immer wenn der E-Gitarrist nicht spielt, brauche ich dieses Signal auch nicht. Das heißt, sobald er nicht spielt, ist nur noch dieses Summen da. Und ich stelle dann das Gate so ein, dass es zumacht, wenn der E-Gitarrist nicht spielt und nur das Brummen da ist. Und damit kann ich das Brummen rausfiltern. Aber genug darüber gelabert, was dieses Gate macht. Schauen wir uns doch einfach mal an, wie es funktioniert. Auf deinem Mischpult findest du das Gate in etwa in dieser Form. Du hast verschiedenste Parameter, die du einstellen kannst. Und der allerwichtigste davon ist der Threshold. Threshold ist der Schwellwert, der überschritten werden muss, damit das Gate aufgeht und damit auch Sound durchlässt. Das bedeutet, wenn du deine Tom hast oder deine Snare oder deine Kick oder was auch immer, dann stellst du diesen Threshold so ein, dass es nur aufgeht, wenn das Instrument tatsächlich gespielt wird. Und ansonsten ist das Tor einfach zu. Ich habe hier eine Kick und diese Kick, wenn wir uns die mal ohne der Skate anhören, dann hört sich das so an. Kick, Snare, Kick, Snare. Du hörst, man hört verschiedenstes außerhalb der Kick. Wenn ich jetzt das Gate hier anmache, nur noch die Kick da, alles andere ist weg. So muss ich das im Endeffekt anhören. Und jetzt haben wir hier den Threshold. Der Threshold ist es bei minus 20 dB. Wenn ich den Threshold jetzt hochsetze auf 0 dB zum Beispiel, dann setze ich hier den Schwellwert so hoch, dass praktisch an die Aussteuerungsgrenze gegangen werden müsste, um das Gate zu öffnen. Das heißt, was passiert? Wir hören nichts mehr. Es kommt nichts mehr durch. Es hört sich dann so an. Genau wie zu erwarten, ziemlich langweilig. Das heißt, wir gehen mal auf die andere Seite. Wenn ich jetzt auf minus 60 gehe, das ist ganz weit unten, dann hört sich das so an. Und ich mache es aus. Richtig. Es passiert gar nichts. Also, dann setze ich den Threshold jetzt weiter hoch. Und dann höre ich schon mal, die Hi-Hats, die hier spielen, gehen weg. Und dann setze ich es so, dass die Snare nicht mehr durchkommt. Oh, da haben wir noch laute Snares. Also irgendwo hier. Jetzt kommt keine Snare mehr durch. Wir können noch mal in diese laute Stelle reinhören. Jawohl. Alles Snare sind weg. Und minus 20 dB ist der Threshold, den wir jetzt erreichen müssen. Dann haben wir Attack, Hold und Release. Attack, Hold und Release sind die Zeitparameter, die das Gate benutzt, um aufzugehen und wieder zu schließen. Es bestimmt also, wie das Gate öffnet und schließt, wie schnell es reagiert. Wenn wir uns jetzt mal so einen Kickschlag anschauen, von hier bis da, ist der nur 100 Millisekunden lang. Sagen wir einfach mal, 150, 180 Millisekunden ist die komplette Kick mit dem, was wir brauchen, lang. Und wenn wir jetzt die Attack höher machen, auf genau diese 150 Millisekunden zum Beispiel, dann, was passiert? Richtig, die Kick wird ignoriert, weil es geht, ich brauche jetzt 160 Millisekunden in diesem Fall, um aufzugehen. Was passiert? Wir hören nichts. Genau. Wenn ich jetzt runtergehe, irgendwann kommt die Kick durch. Ah, da kommt sie langsam. Und es klingt ziemlich weich, ne? Wenn ich jetzt ganz runtergehe. Ah, da haben wir den Transienten. Denn das, was die Kick so durchsetzungsfähig und so aggressiv macht, ist genau der Anfang hier. Das ist, was wir hören. Und das sind jetzt die ersten 6 Millisekunden. Das heißt, wenn ich jetzt auf 6 Millisekunden gehe, dann braucht das Gate genau diese Zeit, um überhaupt erstmal aufzugehen. Und damit wird dann die Kick weich. Aber das wollen wir jetzt in diesem Fall nicht. Wir wollen, dass tatsächlich das Gate direkt aufgeht, sobald die Kick anschlägt. Und deshalb mache ich jetzt das Gate komplett so schnell, wie es geht. Wunderbar. Jetzt haben wir Hold und Release. Nachdem der Threshold unterschritten wird, kommt erstmal der Hold ins Spiel. Hold bedeutet, das Gate wird so lange aufgehalten, bis die Zeit, die da eingestellt ist, verstrichen ist. In diesem Fall wären es jetzt 84 Millisekunden. Wenn ich das jetzt ganz lang mache, dann bleibt natürlich das Gate offen. Und was passiert? Es ist, als wäre das Gate überhaupt nicht da. Jetzt mache ich es kürzer und dann geht es wieder zu. Wenn ich es ganz kurz mache, ist es deutlich zu kurz, das Gate. Man sieht hier, es öffnet fast überhaupt nicht richtig, weil es so schnell wieder zu ist, so schnell kann man gar nicht schauen. Deshalb machen wir die Hold-Zeit ein bisschen länger und dann kommt die Release. Die Release bedeutet dann, wie lange geht es, bis das Gate wieder zu gemacht hat. Und in diesem Fall habe ich jetzt hier 65 Millisekunden eingestellt. Man muss einfach hören, was richtig ist. Wenn ich es ganz schnell mache, dann ist es so. Und wenn ich es länger mache, dann ist es so. Wir wollen es eher schnell haben und jetzt müssen wir mit Hold und Release spielen. So, in etwa. Jetzt haben wir noch zwei weitere Parameter. Das sind Range und Ratio. Range und Ratio machen jetzt aus unserem Gate einen Expander. Ein Expander ist sozusagen ein weiches Gate, das nicht ganz hart zumacht und das auch nicht ganz so stark den Pegel absenkt. Range bedeutet eben genau, wie stark dieser Pegel abgesenkt wird. Und es geht von 0 dB, was natürlich dann 1 zu 1 das Signal durchlässt, bis zu minus 80 dB, was bedeutet im Prinzip komplett zu. Manchmal kann es sinnvoll sein, die Range nur auf minus 20 oder minus 15 oder sowas zu stellen. Einfach um das Signal nicht komplett zuzumachen, sondern nur um leicht abzusenken und damit das Übersprechen nicht komplett wegzuschneiden, sondern einfach nur zu verringern. Das macht oft ein angenehmeres, ein natürlicheres Klangbild. Und die Ratio bedeutet dann, wie stark quasi abgeschnitten wird. Ob bei 1 zu 1 wäre natürlich wieder nichts. Und dann kann man jetzt sagen, okay, unterhalb des Thresholds wird in einem Verhältnis abgesenkt. Ein Gate hat eigentlich ein Verhältnis von unendlich zu 1 oder hier ist es das maximale 100 zu 1. Es macht einfach nur an und aus, auf und zu. Und hier kann man dann das Ganze ein bisschen weicher machen und somit eben einen Expander aus diesem ganzen Gate. So, hören wir nochmal mit und ohne. Jetzt ist es aus, das Gate. Jetzt ist es an. Ja, und so kann man verschiedenste Instrumente separieren. Man kann Toms separieren, man kann Snare, man kann Kick, man kann vielleicht ein bisschen den Reverb kürzer machen oder den Raumton, den man aufgenommen hat, leiser machen. Und der Kreativität ist da keine Grenze gesetzt. Insofern, in Gate einfach dafür da, um Störgeräusche zu verändern. Man kann es auch kreativ einsetzen, zum Beispiel indem man es als Sidechain benutzt. Und quasi von einem anderen Signal triggern lässt. Und dann geht es von diesem anderen Signal getriggert auf und zu und macht damit dann irgendwie einen anderen Sound auf und zu, an und aus quasi. Und so gibt es, wie gesagt, keine Grenze in der Kreativität. Aber die grundlegenden Eigenschaften von dem Gate, wenn man die kennt, wenn man es einstellen kann, dann hat man die Möglichkeit, das auch kreativ einzusetzen. Insofern einfach lernen, wie man mit dem Gate umgeht. Threshold einstellen. Dann Attack und Release und Hold. So, bis du das Signal schön separiert hast, aber ohne auch was zu verlieren. Denn bei einer Snare zum Beispiel hat man ja oft so Ghost Notes, also quasi kleine Schläge, die zwischen den Hauptschlägen sind. Und wenn man die dann verliert durch das Gate, ist halt nicht cool. Deshalb so einstellen, dass man trotzdem noch alles hört, was auch da sein soll. Selbst wenn es deutlich leiser ist. Wir wollen ja das Instrument als komplettes haben. Und dann über Range und Ratio einstellen. Ist es eher ein Expander oder ist es wirklich ein Gate? Soll es komplett hart auf und zu machen oder soll es weich ein bisschen sanfter einfach eingreifen? Und dann hast du das Gate schon beherrscht. Im nächsten Video geht es übrigens über Kompressoren. Um Kompressoren. Ich spreche über, es geht um Kompressoren. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Bis dann, mach's gut. Ciao.